Ok, neues Spiel, neues Glück. Und ich spiele Casual, weil heute Smash-Pay. Smash-Pay ging super, super slow. Super slow. So, geh mal raus. Sverni? Komm, geh mal Sverni raus, oder? Sverni ist immer so uber. Ich finde Sverni mittlerweile... Sverni bin ich stressiger als cool. Ja. Sverni bin ich stressiger als cool. So. Noch mal der Aufruf. Kommt mal alle in meinen Discord. Wieder zuschauen. Dann können wir gemeinsam eine Runde zocken. Da verabreden wir uns regelmäßig. Wir machen auch Lust auf die Custom-Matches. Das ist echt sehr unterhaltsam. Und... Ähm... Da gibt's auch so PUBG-Neuigkeiten etc. PG. Und ihr könnt natürlich auch... Ja. Könnt auch gerne... Das ist ein... Naja. Spit. Zwei Stück. Zwei Player, oder? Bunterschirm irgendwo? Eins. Das ist kein Bunterschirm. Das ist normaler. Wollen wir zur Kirche? Ja. Können Sie... Guys. Please. Not run. Das ist nicht. Die sind gleich 100. Ja. Komm auch. Wo wir Glück haben. Die wäre erst erlaubt, ja. Einzelschuss. élzelsinum. Ja. Bei uns见 gar nicht eins. Ed imperative die estão sein. Eine fundotation. Oh nein. Fertig eine. gut ich würde sagen haben wir hier ganz gut ausgeroffelt stellen wir das Ding mal um full auto rum stellen wir auch immer irgendwas zum snipen ja ja ich will lenken ich will lenken ich komme hier aber nicht hin ich will auch jetzt nicht nicht gefährlich jetzt wartet 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 hab ich gesehen wie ich die ganze Zeit die Schuss umgestellt habe Einzelschluss da auch her, macht das immer. Das ist ultra wichtig. Nehmen wir jetzt mal die U6-Fro mit, einfach nur damit ich es habe. Wo ist das? Noch kein Helm? Das ist gut. Smarter. Eben. Eigentlich erstmal ganz gut geworden. Ein Helm? Blöd. Ein Helm? Ein Helm? Ein Helm? Hier. Ein bisschen kaputt hier. Das war der DBS-Twin. Nice. Dann haben wir den DBS-Twin erledigt. Schön. I like. Machen wir das so. Und dann sind wir es möglich. Da sind echt keine Gegner runtergekommen hier. Also keine. Eine Player? Ist ja wunderlich. Mit einem komplett zerschossenen Level-2-Helm. Das gefällt mir nicht. Ein Helm? Come on, Geist. Irgendwo muss ein Helm sein. Okay. Ich habe eben gefecht. So. Dann schauen wir mal. Ganz kurz vom Mist nochmal aus. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles. Oh shit. Wir müssen... Deswegen. Wir brauchen ein Auto. Das ist ein kleines. Ich mag nicht, was ich hier mache. Das ist zu fällig. Hier unten auf der Hauptstraße rumrennen. Hier unten auf der Hauptstraße rumrennen. Hmm. Nicht gut. Wie ist das Ding? Schali. Schali. Verputt. Also nochmal hier der Aufruf an alle, die zuschauen, mal bei uns im Discord vorbeizuschauen. Hinten ist sie. Wow. Das ist schon ziemlich. Wo ist der Kaster? Guck mal her. Hat er einen Schemmer oder nicht? Hat er einen Schemmer oder nicht? Guck mal. Guck mal her. Meine Vermutung ist, dass der Bro hier mit dem Auto rauskommt. Den treffen wir wahrscheinlich so nochmal. Aber auch ein Gas drauf bleiben, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wir müssen ganz schön weit fahren. Ich glaube es war in der Stadt noch ein Auto gestanden, ziemlich sicher. Mach an. Dazu müsste auch ein Ballfahrer jetzt wechseln zum Mach an. Oh, warte, 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 Entschuldigung ist hier. Wirklich. Ich muss die Brücke treffen, dann sterbe ich. Das Auto gerade so dumm getriftet ist. So, Brücke getroffen, alles gut. Alles gut, gut die Banane. Das ist auch wichtig, dass ihr ab und zu mal einen Blick auf den Tank werdet. Wenn ihr im Auto fahrt, macht die Karte bloß. Dann seht ihr nämlich wo ihr hinfahrt. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Karten aus, aber es ist egal. Macht die Karte bloß. Das ist unnormal für mich. Ich frage ich ihn, wenn du blicken, jeder weiß das Zeug nicht. Ne, da ist er. Ich wusste doch, der hat einen Emergency Pickup. Ich höre mich. Ein Emergency Pickup hat er hier. Wir müssen auf den Brücke. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, überlebe ich das? Ist schwierig ohne Bandage. Hässlich Leute. Hässlich. Hässliche Zone. Aber richtig. Ich muss aussteigen jetzt um mich zu halten. Das gefällt mir ja gar nicht. Hm. Anhalten. Ne, ich muss nicht aussteigen. Ich kann es mir einfach so rein treffen. Und weiter. Ja, ok, aber es ist nicht mehr alles überall. Das passt gut. Dann geh ich immer rein. Boah, noch 37. Ich glaube, die Zone wird gleich so ultra-leer räumen, alles. Ziemlich sicher, dass die Zone jetzt alles platt machen. Oh, schnelles Auto. Battle to the metal. Okay, ruhig einmal. Überlebt man das? Oder campen Sie schon hier? Also, Junge, wenn du Brücke campst, dann mach ich mal. Hm, wenn du Brücke campst, dann bitte gescheit. Und dann schall ich für die... Passt du da? Lass mal was, wo? Auto hat schon noch ein paar Löcher, ey. Aber das ist gut. Aber das ist gut. Okay. An Extended Mac hat man auch nicht nehmen müssen. Das war auch ein Player. Okay, haben wir alles. Weggebämpft hier. Das war auch ein Player. An der Brücke ging es auch mal lieber. Gut, dann chillen wir jetzt nur kurz, würde ich sagen. Mal kurz ein bisschen hier. Passt, okay, alles klar. Passt, passt, passt. Wir haben Medislauf ohne Ende. Wo geht es denn weiter? Gelb würde ich denn fahren. Ach, das ist so. Nice. Noch sitzen am Leben. Auto. Hätten wir uns noch schnappen können, habe ich aber keine Lust zu. Ehrlich gesagt finde ich sogar gut, dass der da reinfährt, weil ich bin mir sicher, dass da noch Leute am Leben sind. Und ich bin mir auch sicher, dass die sich jetzt gleich anfangen werden zu beharren. Weil der hat... Es gibt nichts Schlimmeres, als reinzufahren in die Zone. Dann wissen alle, wo du bist. Vor allem ganz am Schluss ist das immer ultrapödlich. Phase 3, Phase 4. Da würde ich dann... Da ist Autofahrner zum Beispiel schwierig. Lass mal lieber laufen. Noch sicher keine Krieg mehr. Ja. Wunder in die Häuser. Vielleicht ist es... Vielleicht haben wir Glück. Sonst ist es keiner drin. Sieht so aus, ja. Rappen sie hier schon? Sieht ungelootet aus bisher. Oh mein Gott, diese Third-Person-Perspektive zu über die Ecke schauen ist immer so hart. 12 noch. 12 noch. Ist irgendjemand, wo der Typ... Oh shit, oh mein Gott, rwm-sniper. rwm-sniper. Hier links. Hier links rwm-sniper. Dann hätte ich gerne den ADM-Fragi schieben. Den hätte ich gerne, bevor die Fragi hier so richtig am Rampfen ist. Das Risiko, dass rechts auch noch einer ist. Das ist groß, aber ich will den ADM-Typ. Den will ich als Erste. Wo ist der? Ist der hier draußen noch? Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe den links gehört. Er ist rüber gepusht. Er ist rüber gepusht. Er ist da auf der linken Seite. Ich nehme das Auto von vorn. Kann ich hier oben irgendwo? Egal. Ist da oben irgendwo? Ignorier ich. Keines Auto. Jetzt muss ich doch meine eigene Vorsätze zerstören. Und nur im Auto hier reinfahren. Oh, ich bin ausgestiegen. Anstatt den Dürfen zu ässeln. Ich bin über den Dürfen. Warte mal, die Deathcam will ich mir anschauen. Deathcam will ich mir anschauen. Ich bin über ihn drüber gesprungen. Da hat er Glück gehabt, der Dude. Oh, ich bin über ihn drüber gesprungen. Egal, war trotzdem ein witziges Match. Oh mein Gott, oh mein Gott. So stirbt ein Aumatum. Wie gesagt, like und subscribe und gerne mal Abo dalassen. Beziehungsweise auch mal in den Discord reinschauen. Wir zocken öfters mal und falls euch sowas Spaß macht, dann einfach melden. Also macht's gut. Ciao, ciao.